So, dann speichern wir erstmal, du Lüt. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier im Terminal? Okay, hier muss irgendwas kodiert werden. Da wissen wir Bescheid, was haben wir hier? Hieroglyphen. Ägyptische Hieroglyphen. Ich bin leider kein Experte, aber vielleicht hat ja irgendeine dieser Hieroglyphen eine Besonderheit. Sieht so aus, als ob die verschiedenen Zeichen unterschiedlich oft vorkommen. Ob darin des Rätsels Lösung liegt? Okay, indische Ornamente. Eine Darstellung des indischen Gottes Ganesha. Darunter befindet sich eine Reihe mit Zeichen, in der zwei zu vielen scheinen. Das, 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 Pünktchen, Strich und Offen. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Von jedem gibt's wieder zwei, ne? Ne, Pünktchen gibt's drei. Unter dem Relief von Ganesha fehlen zwei der Symbole. Was haben wir noch? Hat noch eine Steinfiguren hier drüben. Hm, abendländisches Relief. Vermutlich Mittelalter. Genau zwölf Figuren, die alle einen Buchstaben über dem Kopf haben. Moment, nicht alle. Der letzte, der zwölfte Buchstabe fehlt. Zwölf Figuren, bis auf eine, haben alle einen Buchstaben über dem Kopf. Oktober, November, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. D. Da fehlt ein D. Mal draufschreiben. D. D scheint auch der erste Buchstabe hier... Da vorne war ein Buchstabe einzugeben. Aber genau passend der Steg, dass man hier mit dem U-Boot ankommt, ne? Also hier könnte man D. So. Und hier glaube ich, das sind die zwei Zeichen, die fehlen. Und dann die Zeichen... Oder das Zeichen, was unterschiedlich ist. Dann gucken wir mal die Hieroglyphen. Die Hieroglyphen waren... Die Anzahl, oder wie? Gucken wir mal. Von dem Ding da. Eins. Zwei. Drei. Dreimal dieses Ding da. Dreimal... Irgendwie so ein Vieh mit Horn und... So ein Dreieck. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Dreieck ist neun. Oder? Habe ich mich verzählt? Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Okay. So, dann haben wir die Lampe. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Elf mal ist die Lampe. So, das Auge von Ra ist, glaube ich, ne? Eins. Zwo. Drei. 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 Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Achtmal ist das Auge, ne? Ist das Auge von Ra. Okay. Dann haben wir ein Kussmund oder Auge. Eins. Zwei. Drei. Achso, warte mal. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn ist das Auge von Ra. Okay. So, das hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neunmal ist der Mund. Ich nenne es mal Mund, ne? So, dann haben wir diese Fs hier. Und folgende. Eins. Zwo. Drei. 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 Drei mal. Mal die Ente. So. Dann haben wir einen Topf. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Neunmal einen Topf. So. Dann haben wir hier einen Tisch, oder was das da ist, ne? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Achtmal einen Tisch. So. Dann haben wir hier eine Kuh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Siebenmal eine Kuh. So. Wasser. Eins. Zwei. Drei. Drei mal Wasser. So. Was haben wir noch? Adler, oder so, ne? Eins. Zwei. Drei. Drei mal der Adler. So. Dann haben wir fast alles durch, ne? Drei kann man... Hier, die ohne haben wir noch nicht. Eins. Zwei. 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 Drei. Drei mal die ohne. Ähm. Das U, das geöffnete. Eins. Zwei. Ich vermute ja fast, dass es, äh, äh, ein Teil ist, was nur einmal auftaucht. So, dann haben wir noch, die Vase, haben wir das hier, die, 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 die Viecher hier. Eins. Zwei. Drei mal. So, ist noch irgendwas, was wir übersehen haben? Der Schrank hier. Ich gehe mal hier noch durch. Auch hier das Beta, oder was ist es, ist das hier? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Fünf mal das Beta. Äh, und dann... Hier. Den gibst du es einmal. Den in der Mitte. Och, bitte. Lass es nicht so einfach sein. Okay, ich glaube, das ist es. Oh, nicht richtig alles zusammen. Dabei ist es bloß ein Vieh, was einzeln ist. Das da. Okay. Dann müssen wir noch die indischen Ornamente angucken. Hätte gleich Feuer drauf kommen können. Nun gut, indische Ornamente. Hier, denke ich mal, wird es mit Zählen zu tun haben. Warte mal. Wir haben drei Punkte. Zwei Striche. Also, es ist... Einer ist ein Strich wahrscheinlich. Eins, zwei, drei von den Dingen. Ein Strich und ein... Und ein Dings. Ich glaube, das wäre viel einfacher gewesen. Hätte ich das gleich so gemacht. Naja, egal. Also, der eine ist ein Strich. Und der hier ist so ein Strich. Eigentlich war es so einfach. Ich habe es viel zu kompliziert gemacht. Aber egal. Das ist es. Das Deterium. Es scheint die ganze Anlage mit Strom zu versorgen. Dieses kleine... Ding? Dieses Ding ist pure Energie. Ja, das wird funktionieren. Was wird funktionieren? Das Deterium wird es uns ermöglichen, die Anlage zu starten. Ein Kraftfeld. Ich komme nicht ran. Wir müssen weiter. Wir müssen die Antimaterie finden. Das haben Sie selbst gesagt. Was, was, was? Max, was ist mit dir? Keine Sorge. Er ist nicht tot. Noch nicht. Und machen Sie sich keine Sorgen um die Antimaterie. Sie lagert sicher im Zern. Dann... Dann war das alles nur eine Lüge? Der Überfall, der Diebstahl. Alles nur inszeniert. Sie hätten uns ja wohl kaum freiwillig hierher geführt. Wir brauchen das Deterium. Ohne Deterium wäre die jahrzehntelange Forschung umsonst gewesen. Ich habe Ihrem Verlobten ein langsam wirkendes Gift injiziert. Es verteilt sich gerade in seinem Körper. Ihm bleiben noch 20, vielleicht 30 Minuten. Miststück! Wir verlieren nur Zeit. Das ist das Gegengift. Finden Sie raus, wie man das Kraftfeld ausschaltet. Dann können Sie es haben. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Kraftfeld zu deaktivieren. Am besten schaue ich mich in der Anlage weiter um. Okay, ein Walkie-Talkie. Das Handfunkgerät habe ich von Cunningham. Ich soll mit ihr in Verbindung bleiben, während ich versuche, das Kraftfeld zu deaktivieren. Die Schnöpfe. Der Ärmste. Es scheint ihm sehr schlecht zu gehen. Ich muss Max helfen. Das wäre Zeitverschwendung. Dort lässt sich das Kraftfeld nicht deaktivieren. Ich muss tiefer in die Anlage vorstoßen. Das Detherium wird von einem Kraftfeld geschützt. Okay, tiefer heißt hier lang, wa? Was ist das für ein Gemälde? Auf dem Gemälde sind verschiedene Menschen abgebildet. Mein Gott. Der kniende Mann hat Ähnlichkeit mit Max. Und das daneben, das könnte ich sein. Und rechts mit der Pistole. Ist das nicht Cunningham? Wie unheimlich. Die Motive scheinen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen darzustellen. Und da die apokalyptischen Reiter. So geht's noch weiter nach links, ne? Hübsch. Auf diesem Zeiger ist ein Auge. Auge wird hier der Sonnengott sein. Aber guck mal. Ähm, ich glaub, ich weiß oder ahne, was Phase ist. Und zwar, jedes zeigt auf ne andere Seite. Ägypten zeigt auf Ra. Also sprich ägyptisch. Das ist ein ägyptisches Symbol. Ich glaube, das muss ich nach rechts bewegen. Äh, da. So, ja. Weil jetzt zeigt nach rechts. Das ist Archimedes. Das ist der Kreis. Er zeigt nach unten. Archimedes, Maßsymbol, Zirkel. Da, der Zirkel. So, was ist das hier? Ist das eine Brandbombe oder sowas? Totenschädel wird, äh, werden die apokalyptischen Reiter sein. Pinsel. Pinsel ist nach links, ne? Das können wir gleich mal machen. So. Der Dolch. Ach, das ist er. Dolch muss hier schräg runter gehen. Da. So. Das haben wir. Was ist das? Mann und Frau wahrscheinlich, oder? Venus-Symbol und Maßsymbol. Aber sie zeigt auf die Sonne. Die Pistole ist schräg nach oben. So. So, und das ist Maß. Das ist der Mann. Ich glaube, schräg nach unten. So. Und sie ist die Sonne. Da. Namen, Fuzzy. Sie ist die Sonne. Und sie zeigt nach oben. Und jetzt bleibt bloß noch die apokalyptischen Reiter. Und ich würde mal sagen, das ist das Schwert hier. Das zeigt nach rechts oben. Tada. Ist das einer von ihnen? Ob er noch lebt? Wie sieht's aus? Wo sind sie? Beeilen Sie sich! Hast du in meinen Träumen mit mir gesprochen? Was wolltest du mir auf dem Hochhaus sagen? Seit unserer letzten Begegnung sind viele Jahre vergangen. Ja, Toguska. Jetzt haben wir dich in deinen Träumen gerufen, weil wir deine Hilfe brauchen. Hilfe? Unsere Bruderschaft existiert schon seit Jahrtausenden. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu beschützen. Beschützen? Wovor? Vor sich selbst. Unsere Urahnen waren noch Jäger und Sammler, als ihnen von den Göttern das Deterium geschenkt wurde. Eine Quelle nahezu unbegrenzter Energie, die große Macht verlieh. Im Gegenzug für dieses Geschenk mussten sie einen heiligen Schwur leisten. Dass sie und ihre Nachkommen die Menschheit daran hindern, technologisch eine bestimmte Grenze zu überschreiten. Was ja nur bedingt gelungen ist. Im Mittelalter hat man uns erbarmungslos verfolgt. Wir wurden beinahe ausgelöscht. Es begann das, was man heute die Neuzeit nennt. Eine unglaubliche Explosion von Wissen und Technologie. Es war nur eine Frage der Zeit, bis mit der Erfindung des Computers auch die Botschaft in Pi entdeckt werden würde. Pi. Immer wieder diese verdammte Zahl. Ich hatte dir vom Fermi-Paradoxon erzählt, warum es im Universum keine intelligenten Zivilisationen gibt, die zu intergalaktischen Reisen fähig sind. Wo immer eine Zivilisation im Universum entwickelt genug ist, um Computer zu bauen, wird sie die Botschaft in der Zahl Pi entdecken. Und ihre Neugierde wird sie dazu bringen, die Maschine zu bauen. Und dann? Was macht die Maschine? Sie zerstört alles. Das Feuer. Wer auch immer diese Botschaft erschaffen hat, er wollte sichergehen, dass sich intelligentes Leben niemals exponentiell im Universum ausbreitet und zur Gefahr wird. Nun ist es an dir, die Menschheit zu schützen. Du wirst verhindern, dass diese Maschine in Betrieb genommen wird. Als Zeichen unseres Vertrauens ermöglichen wir dir den Zugriff auf die Energieversorgung dieser Station. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Na toll. Ausgerechnet ich. An der Konsole könnte ich das Kraftfeld um das Deterium deaktivieren. Ja, okay. So, ich speichere mal wieder ab. Okay, jetzt ist die Frage. Was können wir machen? Was soll ich nur tun? Das Kraftfeld deaktivieren und damit Max retten oder das Kraftfeld nicht deaktivieren und damit die Welt retten? Oh mein Gott. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Äh. Äh. Ach komm, für die Liebe. Für die Liebe. Wenn ich das Kraftfeld ausschalte, kommt Cunningham an das Deterium. Und dann geht die Welt unter? Ja, aber wenn diese verdammte Maschine gar nicht funktioniert. Wenn meine Träume nichts zu bedeuten haben. Ich kann Max nicht sterben lassen. Ich kann's einfach nicht. Hoffentlich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Aber ich kann Max da nicht einfach liegen lassen. Er braucht das Gegenmittel. Also werde ich tun, was Cunningham verlangt. Hm. Sieht einfach aus. Ich kann die Energieversorgung unterbrechen, indem ich das rote Segment zum Kontakt ganz nach rechts verschiebe. Ja, typisches, äh, typisches Puzzle. Okay. So. So. Oh Gott. Jeden einzeln. Hm. Okay. Oh Gott. Oh Gott, wie eine Russin. Ich muss zu Max schnell. Äh, achso. Dann schnell. Cunningham ist mit dem Deterium verschwunden. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich muss mich um Max kümmern. Das Gegenmittel. Das ist die Tasche. Mit dem... Okay, was ist drin? Cunningham hat ihre Tasche hier verloren. Mal schauen, was drin ist. Falls die überhaupt Cunningham heißt, da ist das Gegengift. Erstmal rin damit in den Max. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie geht es dir? Mir ist noch etwas schwindelig, aber ich komm schon zurecht. Was ist denn hier passiert? Cunningham hat das Deterium. Sie ist sicher mit dem U-Boot abgehauen. Mist. Und jetzt? Erinnerst du dich an die Rettungskapseln, die ich bei der Anlegestelle entdeckt hab? Und du meinst, die funktionieren noch? Das will ich hoffen. Sonst sitzen wir ganz schön in der Klemme. Gut. Gehen wir. Drück die Daumen. Schließlich haben wir noch was zu erledigen. Alle Stationen bereit. Erbitte Freigabe von Test 13.1. Freigabe erteilt. Test 13.1 in 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4... Diesmal klappt es. Es muss klappen. Es klappt nicht. 2, 1, Start. Wir sind jetzt bei 20 Prozent. Das System läuft stabil. Es funktioniert. 28 Prozent und steigend. Was hat das zu bedeuten? Ja. Jemand hat sich in unser Netzwerk gehackt und die Sicherheitssysteme der Anlage deaktiviert. Ja. Ist der Testablauf davon betroffen? Nein, das ist ein unabhängiges System. Aber jetzt kann jeder in die Anlage. Sollen wir abbrechen? Wir machen weiter. Stoppen Sie die Maschine. Sofort! Verdammt! Ich hätte die Fluchtkapseln zerstören sollen. Wache! Die haben wir auf Eis gelegt. Sie können Ihre Stimme schonen. Und jetzt schalten Sie die verdammte Maschine aus, bevor sie uns alle vernichtet. Ich denke nicht dran. Die Maschine wurde geschaffen, um jede Zivilisation zu zerstören, die sich technologisch zu weit entwickelt hat. Was reden Sie da? Hören Sie nicht auf Sie. Sie ist vollkommen verrückt. Mir egal, was Sie glauben. Schalten Sie die Maschine aus oder muss ich nachhelfen? Ich werde nicht zulassen, dass Sie alles zerstören, woran wir so lange gearbeitet haben. Niemand kann den Prozess jetzt noch stoppen. Na toll. Sie sind wahnsinnig! Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Die Maschine wird alles zerstören! Wie kommen Sie darauf? Die Wächter haben es mir erzählt. Die Wächter wollen die Menschheit nur daran hindern, sich weiterzuentwickeln. Also gut. Ich weiß nicht, was hier abläuft, aber es gibt nur einen Weg, den Prozess zu stoppen. Wir müssen das Magnetfeld deaktivieren, das die Teilchen auf Ihrer Kreisbahn hält. Seien Sie still! Und das funktioniert? Es ist nicht ungefährlich. Dabei kann Antibaterie entstehen. Oder ein schwarzes Loch. Aber das ist der einzige Weg. Sehr beruhigend. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Schwarzes Loch. Ich muss ins Rechenzentrum. Und ich brauche jemanden, der die Energieversorgung der Firewall ausschaltet. Der Firewall? Das können Sie nicht tun. Sie arbeiten für mich. Um die Firewall kann ich mich kümmern, wenn Sie mir erklären, wie das geht. Wenn die Hauptenergieversorgung ausfällt, ist die Firewall für einen kurzen Moment deaktiviert. Diese Zeit kann ich für die Umprogrammierung nutzen. Verstanden. Wo muss ich hin? An die Oberfläche. Das Transformatorgebäude. Nehmen Sie den Aufzug, der sollte noch in Betrieb sein. Hier ist eine Zugangskarte. Und lassen Sie sich nicht von Van Rien's Wachen erwischen. Bitte helfen Sie mir. Wir müssen zum Serverraum. Schnell! Hier, Max. Damit können wir in Verbindung bleiben. Okay, es geht weiter. Es geht weiter. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui.